Mein Name ist Easy Cheesy und damit Ahoi und willkommen zu einer neuen Folge Roblox. Ja, der Käseausbruch könnte man sagen, Teil 2. Denn wir haben das Ganze schon mal gespielt hier. Dieses Spiel ist es quasi der zweite Versuch, den wir hier haben beim ersten Mal. Sind wir nicht weit gekommen, weil wir wurden draußen von einer zweiten komischen Riesenratte überrascht und dann doch noch gefressen. Aber heute wollen wir es rocken. Lia ist wieder mit am Start und dieses Mal werden wir dieser Ratte entkommen. Als allererstes werden wir uns dazu einmal diesen weißen Schlüssel holen. Denn letztes Mal ist diese Tür hier aufgegangen und jetzt können wir endlich durchkommen. Let's go. Lia hat gedrückt, wir kommen jetzt hier rein. Wir haben diesen weißen Schlüssel. Wo können wir damit hingehen? Warte, nein! Hört ihr das? Das ist sie. Sie ist hier. Äh, wir sind hier gerade in der Safe Zone. Das heißt, hier sind wir sicher. Falls ihr die letzte Folge nicht gesehen habt, dann schaut da gerne nochmal rein. Da wisst ihr nämlich, womit wir es hier gerade zu tun haben. Ich weiß nicht, wo wir lang gehen sollten. Hier sind richtig viele Leute, die in der Safe Zone campen, weil die sich nicht raustrauen. Okay, wir sind draußen. Wir müssen den weißen Schlüssel irgendwo einsetzen. Komm schon! Hier vorne ist die grüne Tür. Ich glaube, hier irgendwo in der Nähe. Nein, da ist die Ratte! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Sie ist weg. Okay, sie ist weg. Wir haben Käse gefunden. Hört ihr das? Ich glaube, sie ist hier in der Nähe. Wartet. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Aber wir müssen... Nein, sie ist da! Oh mein Gott! Weg hier! Okay, wir sind in Sicherheit. Wir müssen irgendwie weg. Nein, die Ratte, ich höre sie. Sie kommt wieder. Lia, wo geht es lang? Ich weiß nicht, wo es lang geht. Oh nein, ich hoffe, sie rettet mich. Die Ratte, sie ist ganz nah. Ich höre es doch. Ich glaube, hier geht es nach oben. Wir sind da, wo es nach oben geht, Freunde. Oder? Zack, der Käse! Nice! Warte, brauchen wir den grünen Schlüssel nochmal? Ich glaube, wir brauchen den grünen Schlüssel nochmal. Wir mussten scheinbar durch die grüne Tür. Freunde, heute kommt übrigens keine Folge Minecraft House, weil ich gerade im Urlaub bin. Und die Folge hier ist ein bisschen vorproduziert. Also, checkt auf jeden Fall mein Instagram aus, weil da habe ich sehr viele wunderschöne Urlaubsfotos und Storys. Und dann wisst ihr auch, wo ich gerade unterwegs bin. Und könnt mir auf Schritt und Tritt folgen. Und vielleicht sehen wir uns auch, ja. Okay. Lia, ich bin da. Let's go. Hier vorne die grüne Tür. Wir sind durch. Jetzt kommen wir wieder in den Raum. Hier waren wir letztes Mal schon, in der letzten Folge. So creepy. Okay, ich weiß noch, es war genau andersrum, als es da stand. Es war 3, 8. Und dann 4 und 2. Komm schon. Yes, das hat funktioniert. Nice. Lia, wo führt dieser komische Tunnel hin? Bist du sicher, dass es hier der richtige Weg ist, wo wir gerade lang gehen? Es ist alles super dunkel. Ich sehe da vorne nur... Was ist das? Hört ihr das? Irgendwas ist hier los. Yes, da ist der rote Schlüssel. Und ein Stück Käse. Lecker. Mein Lieblingsessen. So, Lia, ich habe den Schlüssel. Wo geht es jetzt lang? Was machen wir? Geht sie hin? Nein, hier nach oben? Was? Hier ist eine Tür erschienen. Die war letztes Mal noch nicht da. Okay, hier geht es durch. Freunde, wir werden dieser Ratte entkommen heute. Ich weiß es ganz genau. Wo sind wir? Nein! Wir sind über dem roten Schlüssel. Und wir haben damit den gelben Schlüssel bekommen. Jetzt können wir zurück wieder hier raus. Die Frage ist nur, wo ist die gelbe Tür? Hier geht es wieder raus. Wartet, hört ihr das? Brauchen wir den blauen Schlüssel da hinten? Nein, da unten ist die Ratte! Sie frisst Lia! Nein, sie frisst mich auch! Nein. Safe Zone, Safe Zone! Ja! Oh mein Gott, wir haben es geschafft! Wir haben es einfach überlebt. Ist Lia noch am Leben? Lia, lebst du noch? Nein, sie ist gestorben! Das Gute ist, der Schlüssel, der passt jetzt sogar hier direkt am Spawn in die Tür. Von daher ist es eigentlich gar nicht schlecht, dass wir wieder hier sind. Hier ist eine weiße Tür. Wo kommen wir hin? Okay. Nein! Das ist die Safe Zone! Wir sind in einem neuen Bereich! Wo sind wir hier? Was ist das? Okay, ich habe irgendeinen Knopf gedrückt. Nein! Hört ihr das? Nein, sie ist da! Oh mein Gott! Oh mein Gott, sie war hinter mir! Wie ist sie hinter mich gekommen? Ich höre sie! Sie ist irgendwo hier! Okay, nein, wir gehen in die andere Richtung! Da sind wir... Oder ist sie hier? Ich sehe sie nicht! Mein Gott, Lia, wo bist du? Wir müssen mehr Knöpfe geben, glaube ich! Ich glaube, wir müssen Knöpfe drücken! Damit wir hier weiterkommen! Ja, der nächste! Okay, der zweite Knopf ist gedrückt! Wir haben ihn gefunden! Das ist der dritte! Nice! Okay, viele kann es nicht mehr sein! Hier steht dran, drei von sechs! Dann öffnet sich diese Tür! Hier ist der vierte! Nice, okay! Lia, weißt du, wo der... Da ist er! Und ich höre die Ratte kommen! Nein, da ist sie! Nein, 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 nein! Nein! Oh mein Gott! Sie ist direkt hinter mir! Hier geht es lang! Der graue Schlüssel! Geh weg von mir! Oh mein Gott! Sie sieht mich nicht, weil ich hinter dem Tisch bin! Wir haben den... Wir haben den grauen Schlüssel bekommen! Okay, womit? Ich weiß nicht, wir müssen jetzt irgendwie zurück! Okay, wir sprinten! Bitte nicht, Ratte, bitte nicht! Friss mich nicht! Ich bin doch eine von deiner Spezies! Du kannst doch nicht deine eigenen Mäuse essen! Ah, wir sind in Sicherheit! Wo geht es jetzt lang? Haha, tschüss, kleine Ratte! Das war es mit dir! Oh, Lia ist auch da! Perfekt! Dann haben wir jetzt den grauen Schlüssel! Und mit dem kommen wir jetzt wahrscheinlich hier irgendwo weiter! Hier ist bestimmt irgendwo die Anfangsratte! Ja, ich glaube, ich weiß sogar, wo es lang geht! Wir dürfen nur der Ratte nicht begegnen! Ich höre sie! Beeil dich lieber! Sie ist irgendwo hinter uns! Einfach hier hoch! Und wir sind in Sicherheit! Okay, pass auf! Ich glaube, hier war eine graue Tür! Ja, guck mal hier! Nice! Was ist das? Hier ist eine lila, eine Tür! Und hier ist eine Map! Okay! Da unten ist der Staat! Da unten ist... Da grüne ist das Ende! Dann haben wir hier die Buttons! Da sind irgendwelche Treppen! Und da sind drei Fragezeichen! Ich glaube, das gilt, wenn wir den Lilan einen Schlüssel haben! Da ist die Ratte! Nein! Ah! Oh mein Gott! Ich habe es gerade so geschafft! Was? Die Ratte, die hatte mich einfach schon gefressen! Aber ich bin hier! Lia! Nein! 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 Lia! Nein! Nein! Das ist... Oh mein Gott! Da ist die Ratte! Können wir uns den Latschlüssel einfach nehmen? Und dann wieder gehen? Okay, wir können einfach gehen! Danke, kleine Ratte! Das war scheinbar eine nette Ratte! Okay, wir sind wieder am Anfang! Wir haben jetzt den Lilanen Schlüssel! Das heißt, wir können jetzt durch die Lilanen Tür! Let's go! Lia! Wir sind die Besten! Im Ratten austricksen! Ich werde ihr einfach folgen! Ich glaube, sie kennt den Weg! Was ungewöhnlich ist, weil Lia eigentlich sich keine Wege merken kann! Hier kommt der graue Schlüssel rein! Und da sind wir! Bei der Lilanen Tür! Let's go! Okay, hier ist einfach ein Knopf mit einem Emotion! Oder was? Was ist hier gerade passiert? Das ist die Tür am Start! Wo geht's hier lang? Okay, da kommen wir, glaube ich, nicht durch, oder? Freunde, da hat sich eine Tür am Start geöffnet! Lia, ich glaube, wir müssen zurück, oder? Wo bist du? Hä, wo ist sie hin? Da ist sie! Oh mein Gott! Statt, du hast dich in Luft aufgelöst! Hier runter! Und dann jetzt so schnell wie möglich zum Start! Nein, da ist die Ratte! Ich höre sie! Da ist die Safe Zone! Nice! Wir sind drin! Somit sind wir jetzt auch schon bei der letzten Tür, wie ich glaube! Das ist die hier vorne, die sich geöffnet hat! Und hier ist ein Stück roter Käse! Was? Wir haben einfach roten Käse? Lia, was haben wir mit rotem Käse? Was machen wir damit? Hä, ich verstehe gar nichts mehr! Wisst ihr, was ich glaube? Ich glaube, wir können mit diesem roten Käse die Ratte vergiften, Lia! Komm, wir probieren das aus, okay? Wo ist sie? Nimm das! Hat sie uns gefressen? Hä, sind wir jetzt in ihrem Magen? Lia, wo sind wir? Warte! Hä, wir müssen hier rüberspringen! Man sieht hier ja gar nichts! Wo sind wir? Ich glaube, wir müssen einfach dem Weg folgen! Aber wo fährt uns das hin? Da vorne ist so eine weiße Fläche? Ob wir da durchgehen sollen? Oh! Nein! Wir sind auf der anderen Seite! Ja! Wie nice! Wir haben es geschafft! Wir sind auf der anderen Seite vom Spawn! Okay, hier kamen wir, glaube ich, her! Oder? Müssen wir hier lang? Oder? Auf der anderen Seite, Lia, weißt du das? Wo sind wir jetzt? Wir sind irgendwo hin teleportiert worden? Ich habe aber keine Ahnung, wo wir sind. Aber hier sind noch viel mehr Leute? Ah! Hier geht es zu Teil 2! Alright! Alles klar! Leute, hier ist dann wohl der nächste Teil. Das heißt, unser Part hier für heute ist erstmal vorbei. Wir haben es geschafft! Wir sind der Ratte entkommen! Oder der Maus! Ähm, wer weiß, was das war! Ein komisches Monster! Lasst ein Like da! Wir sehen uns im nächsten Video! Bis dahin! Ich wünsche euch allen noch einen wunderschönen Tag! Und hasta la pasta!